Yo Leute, was... Hallo? Ich glaube, ich habe gerade meinen Arm gebrochen oder so. Yo Leute, was geht ab? Über am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Fragt mich nicht, was das hier am Anfang war, Digga, keine Ahnung. Heute gucken wir es nochmal gemeinsam mit Uduman die lustigsten Fortnite-Memes an und... Ähm... Rasierst du dich gerade, oder? Hä? Hä? Hallo? Ach, den will wir dir auf. Was machst du gerade? Ich wollte mich rasieren. Äh... Habe ich auch heute Morgen gemacht. War nicht? Gut? Nein. Nein. Nein? Nein. Okay. Nein. Und ja Leute, ihr sitzt im Hintergrund. Wir gucken uns heute nochmal ein Video von Viper Monster an. Grüße gehen an der Stelle raus. Bester Fortnite-Memes-Kanal, Leute. Originales Video und auch der Kanal natürlich in der Beschreibung verlinkt. Oli wird sagen, wir schnaggen nicht langsamer rum. Uduman, bist du bereit? Ich bin ready, Habibi. Die letzte Folge hat bei mir einfach wieder fast 500.000 Klicks. Die letzte Folge hat bei mir einfach nur 160.000... Ja, komm, mach Werbung für deinen Kanal. Ja, mach ich auch. Okay, Leute. Abonnierte Viper D, abonnierte Viper D, abonnierte Viper D, abonnierte Viper D, abonniert Viper D. Perfekt, ihr habt's gehört, Leute. Dann würde ich sagen, wir fangen an mit dem Video und let's go. Oh, let's go, Digga. Oh, der wird getrappt unten, Leute. Da muss ich mal ganz kurz die Musik ausmachen. Oh, Travis Scott, Event. Und er fällt um. Bro. Defaults von Season 1 Oh mein Gott, Digga, geil Ja, moin Das ist einfach, ich schwöre, das ist Odoman, Leute 1 zu 1, Digga Fortnite Pigs, der er kürzt Ja, Digga John Wayne Oh, Gott Oh, Gott, Digga Hey, aber auf, korrekt Durch dieses Fortnite-Event hat Travis Scott Safe So viele Fans mehr bekommen Safe Was ist das? Nee, mach's nicht Oh Baba, Digga, die Animation Ja, ich mach die Musik mal wieder aus, bevor mein Kanal wieder gelöscht wird, Digga Grüße ihn raus Lol, Digga, voll gut Stopp, stopp, stopp Okay, 3, 2, 1 Das geht Das geht Der Gay Okay, du nehm ich Digga Ich feier den wirklich Den hat meine Freundin ausgewählt beim Default, Leute Grüß dich Grüß dich aus Der heißt doch Dusty Depot, oder? War das von Dusty? Dusty Depot, ja, die Skin hat Nee, Tilde Tauers heißt der Skin, Digga Halt einfach deine Schnauze, so weiter geht's Das ist die Polizei, lass deine Waffen fallen Und er hat einfach ganz Fortnite dabei Es reicht dieses Schwerter Das ergibt keinen Sinn Da kann man ja keine Waffen haben So, okay, getting lit Er feiert sich gerade, Leute, beim Travis Scott Event Yeah, Digga Ich muss selber mitsingen Mein Charakter Oh, das war wie damals bei uns mit dem TikTok Und Er landet Finale, eins gegen eins, zwei Leute leben noch Ich hab's gesehen Er holt ihn Digga, ganze Klasse, was ist das? Ich schwöre Ich bin gespannt, Digga Er rusht, Digga, er rusht Hey, an der Stelle blende ich euch mal kurz ein TikTok an, den wir gemacht haben Let's go Jaaah! 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 Einfach eins zu eins das nebisch Was? Okay, so weiter geht's Äh Äh Alte Map, Iva Oh, Geist Äh Okay Okay Nein Ah! He's back and start! Hä? Aber er hat direkt einen Aufgehör weggezogen Aber wie konnte man da überleben, Digga? Was passiert? Oh! Hä? Hä? Äh? Loll! Er hat ihn einfach abgerippt, Digga Er hat sein Leben genommen Er hat ihn rippt Der Typ steigt aus, um den zu backbauen, Digga Er holt einfach ab Er hat ihn ab Er hängt da auch mit dem Ding in so abmachen Oh, shit Oh, shit Das ist gut Äh Äh Hä? Oh, shit Ey, der Tod kam und ich guck nach links, weil ich mich so erschrocken ab, Digga Oh, oh, oh Okay, Leute, ihr seht's abonnieren oder vorbei Na ja, get ready your message Read your message Hä? Hä? Er weischt allen aus Wenn er stirbt, muss er die Nachricht der Freundin lesen Äh, ne, die Freundin darf sein Handy durchgucken Ja! Ja! Wahrscheinlich Krank Der Typ steigt von kurz Digga lopp Es hat auch eingestell gemacht, wo das dringste Fall ist Digger Für selbe tschüss LOL Digga Digga Blatt nachdem Er hängt на � comptenk Du keckere Er hat das durch 400 Dollar Ich war im Rover mit 3 Braten Und die wurden vom Truck überfahren. Digga, das kann man doch nicht bringen. Er sagt, bekomm einfach den Reboot-Card. Und dann ist es okay. Was kommt jetzt? Graue Pistel, was geht? Ah, die MP, Digga, let's go. Oh, RPG. Merfer, Sniper. Auf einmal goldene Sniper. Okay, er baut gut. Tschüss. Er hat ihm die Ehre genommen. Er sagt noch April-Scherz, Digga. Ich muss wieder ausmachen. LOL! Digga, sowas geht? Krass gemacht, Digga, krass gemacht. Unnormal, Digga. Ähm... Controller-Player! Er sieht ihn nicht! Really? Just launchpad away, just like that? Ja, Mann, Digga. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Hatte ich auch schon, Digga. Und er versteckt sich in der Toilettenschüssel. Äh, Schüssel wahrscheinlich. Schüssel! Schüssel, oder? Hol' ihn doch! Ehregenimmt. Jetzt Odomon aim. Ah! Ja, Digga! Das ist Odomon, Leute! Das ist auf Real-Trop Odomon. 1 zu 1 Odomon ist so, Digga. Hahahaha! 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 Oh, Scheiße! Ey, wie gut! Das muss sein, bitte. Ja, 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 ja. Oh, nee, dann halt. Tschüss, Digga. Oh, die Schuhe ist unnormal nice. Lol, der Skin hat sogar niked? Ja, ja, hat er. Digga, hab ich noch nie drauf geachtet. Die Johns, Digga, krank. Tschüss, er da einfach beide. Die Johns sind krank. An der Stelle kleiner Realtalk. Fortnite wollte mir mal Fortnite Jordan zu schicken. Da gab's so eine Kooperation, die hat mich gefragt, ey, welche Schuhgröße hast du? Ich hab denen alles geschickt, Digga. Ich saß jeden Morgen vor der Tür auf dem Postbot. Und ich so, hast du ein Paket dabei? Und der jeden Tag immer nur... Und ich dann immer nur, nein! Und Fortnite hat's einfach vergessen, Digga. Die haben mir einfach diese Schuhe niemals geschickt. Ich hab irgendwann gefragt, ähm, kommen meine Schuhe noch? So ein halbes Jahr später. Die so, du hast keine bekommen. Ich so, nein! Und dann... Hör auf, die zu rasieren! Kleiner Wichser, Digga. Weiter geht's. Know, Fire somebody, my name is Markiplier und welcome to Fortnite Battle Royack. Ey, der sieht wirklich aus wie Markiplier. Der sieht wirklich aus wie der YouTuber! Le... treu schüsch! Oh shit. LOAN! Was passiert jetzt? Nein. Aber er lebt noch. Und er ist außerhalb der Zonenstöcke. Nee. Oh. Oh. Er hat den. Er bot ihn ab. Und explodiert. Explodiert? Wahrscheinlich. Als ob. Boah. Bruder. Als ob. Krank, Alter. Okay, Leute. Da würde ich mal sagen, war es das mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, Leute. Schaut auf jeden Fall bei Audemars P&J vorbei. Und wie gesagt, ich denke mal, das wird jetzt erstmal wieder für ein paar Wochen die letzte Folge Fortnite-Memes gewesen sein. Weil momentan gibt es nicht so viele neue Fortnite-Memes. Der neue Trend ist ja so Fortnite. Junge. Audemann. Audemann. Ja, was läuft denn hier so, Digga? Ich fack mich einfach nicht ab, Digga. Warum fackst du mich ab? Schaut bei Audemars vorbei. Da haben wir noch ein Video aufgenommen. Was nehmen wir eigentlich für dich auf? Weine, ähm, essende Menschen. Perfekt. Schaut vorbei, Leute. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut da rein. Und macht's gut, Leute. Ciao.